moin leute so weiter geht's heute ganz anders wir haben das ist jetzt heute feelings wird ganz anders aufgebaut weil konzi nicht da ist heute ist jon da deswegen muss richtig umdenken konzi ist nämlich weil ferien sind vorbei ist jetzt wieder eine schule und wir können da nicht rausnehmen das ist sowieso wenn das rauskommt dass wir hier mit den achtjährigen arbeiten dann ist die kacke richtig am dampfen so aber wie sagt die jugend von heute die die weisheit welche kabel wo ich steckt werden müssen und alles und 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 wieder wie das weg abgeht bei so einem podcast weißt du deswegen aber wie sagt bleibt unter uns nicht dass ihr euch uns hier anscheiß oder so von daher naja wird schon so maske auf und ab dafür und wieder ist ich weiß ich sagte jedes mal aber ich krieg jetzt schon wieder ein herzklappenkasper weil ich denke jetzt passiert irgendwas aber bis jetzt sind wir mal ehrlich sind wir mal ehrlich es gab keinen stress es gab kein total ausfall wo man dachte oh gott ist denn das für ein gast also ist schon gut aber weil ich so ein böser mensch bin ich glaube weil ich so böse gedanken habe ist es halt so auch in einer wunderschönen traumzauber welt wo alles rosa rot ist gehe ich halt durch die straßen und denke naja irgendwann wird schon passieren aber wird es nicht so ich drücke auf den knopf habe ich das eigentlich sehr sehr gesagt dass ich das hier alles selber fahre dass ich hier also ein zwei drei vier knöpfe habe und immer den richtigen knopf finde wie jetzt zum beispiel kurt krömer sitzt mit verbundenen augen im studio er trifft gleich auf einen gast von dem er nicht weiß um wen es sich handelt keine vorbereitung keine vorgaben kein gar nichts naja eigentlich alles wie immer und nun herzlich willkommen zu kurd krömer feelings touchy anfangen so maske auf nein doch annette du komm lass jetzt wieder direkt wieder alles ausziehen ach guten morgen ach guten morgen na du bist da das freut mich ich bin da oh hallo mein kleiner waschbär ich hab dich gleich mal angefasst oh wie lange haben wir uns nicht gesehen oh wann war denn das wir waren bei lol genau damals noch 1840 1840 bis 1842 so lange hat die sendung ja gedauert wir waren die staffel wo er noch schwarz weiß war da war ja farbe noch nicht erfunden bei lol das war schön war nicht alles schlecht oh toll da freu ich mich oh ich freu mich auch so es ist ja wirklich wie so ein tinder äh äh kindergeburtstag oder sowas hier ne tinder date ja sowas weil weil man ja ich wusste ja dass du da bist ich wusste ja dass du da bist ist es ein match hast du nach rechts wie bestimmt nach links komm ich nehme ich hole nochmal raus aber trinkst du denn tee ich trinke einen tee und einen tomatensaft mit sellerie äh mit sellerie stange wie das mein ich wurde gefragt wir sind doch nicht im flugzeug hier was aber das dürfte ich mir doch wünschen du es ist ja jetzt wirklich ihr seht das jetzt nicht die hat hier ein glas also ein ein pappbecher ja logisch willst du eine sellerie stange haben einen plastikbecher guck mal nichts knackt so wie sellerie das ist doch nicht dein ernst sellerie ist eine ausgesprochene podcast geschichte aber was ist los ist ähm drogenentzug oder bist du weg vom heroin oder ja aber das ist noch nicht so lang wir können noch nicht drüber reden machst du das immer so ich mach eigentlich immer jetzt nur um mich zu foppen hier naja wir wir fliegen ja nicht mehr ja haben ja aufgehört das stimmt und seitdem vermisse ich innerhalb berlins fliege ich auch nicht mehr ich fliege innerhalb berlins nicht mehr ne wie bist du heute hier hingekommen naja mit einem maybach ja und ja aber mit batterie ich hab einen goldenen maybach der sieht von außen richtig protzig aus aber läuft mit batterie also ist es auch sozusagen mit kleinen batterien und du fährst den selber ne ne ich hab ja keinen führerschein ach du hast immer noch keinen führerschein also nie gemacht das muss man dazu sagen weil viele immer denken ich hab den verloren im Suf oder so oder verschenkt oder verkauft oder so hab ich nie gemacht es kam gar nicht dazu ach du bist ja aus Köln ja und fährst mit dem Zug ich fahr mit dem Zug mach ich auch ja jetzt mal Spaß beiseite jetzt mal Spaß beiseite ich fahr auch mit dem Zug jetzt nach Düsseldorf jetzt heute noch ne äh übermorgen glaube ich darf ich das dir überhaupt sagen du bist ja aus Köln Düsseldorf vielleicht kannst du mir das mal erklären was dieser Hass ausmacht ich versteh es nicht ja es ist meistens so weil ich spiel ja ich spiel ja in Düsseldorf und Köln ich komm mir vor wie so ein Scheidungskind weißt du ja also Mama Papa beide hassen sich aber ich steh da in der Mitte und denke aber ich liebe euch doch beide ihr seid doch meine Eltern ja guck und dann bleib du doch einfach dabei die meisten Leute müssen den Witz machen weil die natürlich schon mal super angestrengt sind wenn du irgendwo einsteigst und dann sagst du ich komm jetzt aus Düsseldorf und fahre nach Köln und dann denken die fuck da sitzt der Krömer jetzt muss ich witzig sein jetzt mach ich diesen mega Gag in die verbotene Stadt ja dann musst du wiederum was sagen weil du ein höflicher Mensch bist ja teilweise das ist wie und dann geht das so weiter und dann denkt man nach 20 Minuten was für ein Rotz worüber haben wir denn jetzt gesprochen aber warum ja weil Düsseldorf halt scheiße ist und Köln ist geil guck und so bindet sie es ab so aber jetzt haben wir natürlich alle Hörer in Düsseldorf verloren ja aber die sind jetzt neugierig weil die denken warum sagt die denn sowas ne die sind jetzt neugierig und denken äh Köln genau muss ich mal hin ja vielleicht in Annette Friede das sah vielleicht ist das eine wunderschöne Stadt aber warum ist das eine kirchliche Geschichte könnten wir natürlich mal machen ein Podcast du sitzt in Düsseldorf rum mit Live Publikum und ich in Köln ja und uns dann unterhalten dann wollen wir mal sehen was passiert das muss man immer machen dass man das live macht aber du wärst da eine Kandidatin für könnten wir machen ich glaube es ist es wäre aber natürlich viel besser wenn ich in Düsseldorf bin und du bist dann in Köln ja dann machen wir es so weil alles andere wäre Wahnsinn dann würde man sich ja immer nur bestätigen in seiner Gruppe ja wir wären alle betrunken würden Karnevalslieder singen ihr hättet alle schicke Klamotten an Maybach vor der Tür so was ich hab ja nie Karneval gefeiert also ich war ja nie in Köln denn ich hab den Kalender mit wir können da mal was besprechen ist jetzt gerade ne es geht demnächst wieder los Entschuldigung oh Gott du machst aber wirklich alles wenn er jetzt noch oh Gott wir hören jetzt auf das war's das schlimmer kann es nicht werden meine Güte ja ich entschuldige mich das war meine beste Freundin Annette Frier so ein Podcast kann auch mal ruhig eine Minute 30 sein wir haben doch keine Vorgaben ich entschuldige mich im Namen von Annette Frier bei allen Düsseldorferinnen und in Köln und bei Kölnermännern und bei Köln Köln ist eine schöne Stadt warte und ich mach noch ein bisschen Sellerie ja Ball ich bin kurz raus 15 Sekunden wie fandst du jetzt die Aufzeichnung gut ja das muss ja nicht immer eine Stunde sein wir sind doch fertig wenn du einen tollen Gast hast wie du dann macht man eine Minute 30 weil die Leute ja wissen das wäre ja eh gut die Worte die können sich ja alles vorstellen wie es weitergeht wir müssen es doch nicht beweisen dass wir eine Stunde lustig sein können weißt du nervig und wir könnten jetzt die Zeit nutzen und dein Karnevalskostüm einkaufen gehen ich wäre gerne Marienkäfer wäre gerne mit so einem Fahrradhelm mit einem Fahrradhelm wo die Punkte drauf sind das ist super das würde auch wirklich richtig nicht gut aussehen das machen wir ja mit so Antennen noch haben Marienkäfer Antennen ne ja ne ne die haben doch keine Antennen doch 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 die Kleinen haben das natürlich schon die haben ja alle so ist egal Marienkäfer hat ja auch kein Fahrradhelm auf weißt du schneid dir die ab die Antennen das macht man so du wollen wir einfach doch weitermachen noch ein bisschen wir sind jetzt das ist auch nur Secondhand ich hab das nicht überprüft ich hab jetzt keinen ja aber Jon ist der ist volljährig der hat mir einen Pass gezeigt vorhin und der Jon war mit mir ja schon draußen der wusste ja dass ich komme ja ich weiß es ja nicht und dann hat der folgendes zu mir gesagt der hat mir sehr höflich ja gentleman like den Mantel abgenommen ja und dann ist mein Gürtel aus dem Mantel rausgefallen dann sagt er oh Annette jetzt haben wir das Problem mit dem Gürtel und dann war so ne Stille ja und dann hab ich gesagt ja das hast du ja jetzt du hast den ja jetzt abgenommen den Mantel und das war sehr dass er den aufhebt oder was ja weil oder hat er denn zu dir gesagt du hast jetzt das Problem mit dem Gürtel hebe doch mal auf nimm doch mal den Gürtel vom Boden was ich sagen wollte Jon das war ne sehr schöne Situation gerade da draußen so nun ist es ja so das ist ja jetzt nicht Jons Podcast sondern das ist ja mein Podcast Typisch Düsseldorf ich 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 Jon mach doch mal bei dir bitte jetzt das Licht aus damit Annette dich nicht mehr sieht ja mein Gott man darf nicht mal ich darf hier nicht mal flirten mit der Tonabteilung es ist doch nicht zu fassen ne wir sind ja auf der Arbeit ja das ist ja vollkommen recht ne erst die Arbeit dann das Vergnügen kochst du überhaupt ja es geht aber ich koch nicht so richtig gut ne ich koch nicht so gut aber du hast fancy Getränke hier mit Tomatensaft und Sellerie drin ja klar ja ich hab ja auch nicht gesagt dass ich nicht ein guter Verwerter bin ich hab richtig so ne wenn du dich die fühlst dass ich ein aller so ein Saftschubsen Moment schock kriege von so viel Gesundheit komm dann mach doch mal mit kann ich mal probieren ja logisch das ist doch super warum ist eigentlich Tomatensaft nur im Flugzeug lecker das ist auch so ne Köln Düsseldorf Frage das ist auch so was anstatt übers Wetter zu rennen das ist wirklich jetzt hör doch mal auf das ist doch wirklich super ich will nicht sagen dass es eklig ist aber was du spinnst doch ne weil der Tomatensaft so komisch schmeckt und dann hast du so ein Sellerie Ding in der Nase das ist aber Achtung mh die Leute lieben das ich hab mir sagen lassen die Leute lieben das das heißt Sex Leute ich kann ich mein gut ich weiß es halt nicht mehr so genau aber mh ich kenn es auch nur noch aus Büchern du liest noch Bücher ja das find ich zum Beispiel ne mega Message jetzt ja die muss raus was war das letzte Buch was du gelesen hast das hat mir Friedrich Küpers Buch geschenkt das ist das Buch wo das um die Freundschaft geht von Chaplin und Churchill ach und pass auf da ist Chaplin ist auf so einer Party am Beach irgendwie in so einem Haus so es ist nachts die Party geht ab und er geht auf die Terrasse und es ist dunkel er sieht nichts und da ist ein Mann und mit dem Mann kommt er ins Gespräch so und merkt dann später erst dass das Churchill war dass das Churchill war und dann gehen die spazieren dann sagen die Mensch lass doch mal hier spazieren gehen und da draus entstand eine wunderbare Freundschaft ach das ist ja toll das ist ja super super also weil beide Depressionen hatten auch dann ging das um den die nennen das immer den schwarzen Hund war das bei beiden diagnostiziert ja wussten beide Bescheid beide hatten damit zu kämpfen und haben sich dann immer getroffen ach verrückt und schwarzer Hund hieß das und war das damals in der Diagnostik so wie jetzt guck doch mal bitte nach wie das heißt ich glaube zwei Männer am Strand oder so ach das ist ja interessant und das habe ich gelesen tolle Buch zwei Herren am Strand okay notiere ich mir gleich mal direkt mit hochempfehlung gut ich finde ja Winston Churchill sowieso ich glaube warte ich muss ich immer so konzentrieren sag mal dass du den sexy findest dann können wir denn auf deiner serie dann kommen wir von Churchill über auf Sex ja komm das kann sich doch jeder vorstellen der hat zum Beispiel den geilen Satz gesagt Achtung Konzentration die Beschwichtiger füttern das Krokodil in der Hoffnung als Letzte gefressen zu werden das ist doch nicht euer ernst ich wünschte sie hat es nicht abgelesen habe ich nicht abgelesen und mein Lieblingssatz von Winston Churchill ist doch nicht dein ernst wirklich und ich habe noch einen der ist aber auch nicht schlecht du bist ja klug nee ich bin noch nicht mal gelesen so kenne ich dich ja gar nicht das sind ja ganz neue Seiten gut ne du bist ja klug ach willst du noch einen hören ja weil das ist ja nicht dass ich so doof rüberkomme achso nee dann höre ich jetzt besser doch mach noch einen nein dann lassen wir es weg komm und zwar hatte der irgendwelche Besprechungen und hatte zu viel getrunken der hat der war sehr viel getrunken also ich würde sagen er war starker Alkoholiker ja genau in der Zeit hat man noch gesagt er war sehr gesellig aber ich glaube er hatte richtig massive Alkoholprobleme genau und dann hat ein Berater gesagt ah Churchill hören sie doch mal bitte auf sie sind ja vollkommen betrunken sie sind überhaupt nicht zumutbar für diese Gruppe und dann hat der gesagt ja aber morgen früh bin ich wieder nüchtern und sie sind immer noch so scheiße wie heute Abend toller Typ also irgendwie fand ich das ja weiß gar nicht ob das aber schon toll der war kauzig also der war kauzig der hat doch viel gemalt ne der hat richtig viel der hat hunderte von Bildern gemalt ja der hatte also der hat nicht viel Sellerie gegessen glaube ich der hat wirklich meistens andere Sachen gemacht ähm Geschenke ja Geschenk also du hast nur eins bei ne ich hab mehrere bei aber du darfst nur eins du kriegst ihr guckt schon die ganze Zeit aber ich seh es gar nicht alles in meiner Handtasche ich hab nur eins also ich hab drei oder vier mitgebracht weil ich mich nicht entscheiden konnte aber du darfst nur eins nehmen wie ich dachte ich krieg alle nein es hieß strikt ich weiß nicht ob du das weißt es gibt hier ne Kleiderordnung hätte ich fast gesagt man darf nur 5,99 Euro für das Geschenk bezahlen ne 5.900 Euro nein dieses Zahlenproblem ist einfach schwierig bei dir so das ist jetzt die Hälfte von dem ersten denn das wäre ein ich bin gerade im Hotel und die haben ein Schwimmbad und da hab ich dir grad eben ne Kappe gekauft warte geh ich jetzt recht in der Annahme dass du aus dem Hotel Sachen entwendet hast nur die Ente ich hab die Ente geklaut aber ich habe die Kappe gekauft aber die Kappe ohne Ente wäre scheiße was hat die Kappe gekostet ja 7,99 Euro und du würdest mir einfach was zurückgeben so ne Plastik Dings da kommen wir jetzt super rauf wenn ich da zwei Löcher reinschneide und mir die überm Kopf ziehe haben wir ne Sexmaske was ne anstatt Marienkäfer um was handelt denn deine neue Serie anstatt Marienkäfer könntest du das ist das ne Latex ich hoffe ich denke mal das ist du kannst halt halt nicht anfassen erstmal nur gucken das wäre das erste Geschenk ok du hast auch noch Taschentücher ich hab noch andere Sachen mitgebracht ne das wäre einfach da würde ich dir Geld geben ich hab gedacht vielleicht möchtest du gar nichts vielleicht fehlt dir gar nichts vielleicht hast du 18 Badekappen und sagst ich will ich nehme das Geld ich bin jetzt schon hab ich mir schon fast gedacht es sei denn da kommt jetzt noch ein Knaller wenn du nen Gutschein für 5,99 und jetzt ja also jetzt also Annette Frier ist extra aus Köln angereist um mir entweder Taschentücher zu schenken oder nein auf den Taschentüchern ist ein Gutschein für 5,99 Euro ach so die Taschentücher waren gratis die gibt's dazu Moment wenn ich jetzt die 5,99 kriege kriegt dann auch die Taschentücher dazu ja geschenkt oder wird mir das abgezogen das ist wahnsinnig gierig aber ok nimm sie und weißt du was aber das schönste ist so schön verpackt alles ich hau dir das gleich in die Selleriestange oben drauf hier ist ähm das ist was für Tänzer, Sänger und SchauspielerInnen weißt du Annette wenn ich dich nicht so lieben würde dann wär ich jetzt richtig sauer Moment aber die Liebe ist so stark weißt du wie bei Kindern wenn Kinder das Haus anzünden dann ist man auch nicht sauer dann denkt man naja sind ja meine Kinder warte doch mal ab ich liebe sie ich hab halt kein Haus mehr jetzt der fasst das an der macht es auf was denn naja willst du das umtauschen jetzt oder was das ist ja schon offen ich hab gehört Annette das ist doch nicht dein Ernst die Flasche ist ja schon geöffnet das stimmt das war das einzige Fuschgeschenk von mir schon benutzt du hast doch nicht jetzt etwas gerade einmal weil ich in der Apotheke war das hab ich jetzt einmal benutzt ich hab's aber wieder ganz fest zugeschraubt aber Annette es ist einfach so dass das alles gebrauchte oder geklaute Geschenke sind Moment jetzt kommt's und jetzt kommt das wo ich sehr gespannt bin ja also Annette früher hat eine Pyramide aus Plastik auf dem Tisch gestellt weißt du was die Wiebke gerade eben gesagt hat deine Produzentin glaube ich ne oder so Wiebke ist meine Produzentin ist die nicht wer ist die Wiebke weiß ich nicht Wiebke ist Ja Wiebke ist immer hier ich hab echt viele Informationen mitgebracht wo ich gar nicht weiß wer das überhaupt ist und alle bestimmt Winston Churchill ist dein Praktikant jedenfalls hier und jetzt pass auf Ach Wiebke ist Produzentin wusste ich gar nicht Sie hat gesagt das wäre eine Analgeschichte hast du einen Analplag ja ach hat sie gesagt das ist was Feines ja jetzt hör zu ich hab so einen Hüftblödsinn seit zwei Jahren ja ne neue Hüfte und muss ne kann ich das für meinen Beautyblatt schreiben Annette Frier hat ne neue Hüfte so äh nein hab ich leider noch nicht ich glaub ich warte auch noch 15 Jahre damit aber man sieht's dir nicht an danke man sieht's dir nicht an die neue Hüfte oder dass ich keine habe ne das also du hast ja ne Hüfte ne echte ich hab ne super Hüfte aber die ist halt die die meckert rum und platzt was aber im Moment jetzt weil wir ja auch hier die Rubrik Praxis Gesundheit haben wie was ist denn bei einer Hüfte was wird denn da gemacht da wird nicht das gemacht sondern da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten und meine Hüfte ist sauer weil mein linkes Knie schon sich abgemeldet hat vor drei vier Jahren weil es auch sauer ist bei mir sind alle möglichen schmerzt ja teilweise und deswegen muss ich immer morgens Sport machen und jetzt halt ich fest wie heißt das das ist so ne Art von Osteopathie quasi so ne Akupressur was ist denn was hast du denn jetzt deine Hand das ist ne so jetzt nimm mal und jetzt das ist Plastik sieht aus wie ne Pyramide jetzt könntest du dich also das ist eigentlich ich finde das ist natürlich das geilste Geschenk es ist allerdings aus Versehen passiert weil ich mir das gestern gekauft habe das ist leicht und ich dachte es ist nur einer da drin aber es waren zwei und dann habe ich gesagt okay wenn du sowas gebrauchen kannst würde ich dir einen abgeben davon den zweiten was ist das denn jetzt pass auf setz dich mal da also drauf du könntest zum Beispiel es gibt so Punkte hier am Knie ist beispielsweise einer ja wenn ich da jetzt drauf drücke ach so ich dachte ich soll mich da mit dem Hintern jetzt drauf setzen könntest du auch machen auf diese Pyramide ich weiß ja immer noch nicht was das ist ja das ist ich nehme das jetzt das gehst du an so Punkte wo es irgendwie weh tut ne und dann hältst das da dran ich hab so was ich manchmal habe ist seitlich am Knie ja Schmerzen genau und da ist das ein Muskelstrang ja genau und das ist ein Triggerpunkt und dann drauf jetzt pass mal auf jetzt packen wir mal aus okay ich war beim ähm wie heißen diese Ärzte dann die da an der Füße rum machen Orthopäden Verzeihung kannst du bitte aufpassen dass du mit der Tasse nicht an das Mikrofon also du bist doch ausgebildete Schauspielerin wie heißen diese Knochen Menschen Orthopäden Orthopäden pass auf jetzt war ich da weil ich an der Seite diese Schmerzen hab und jetzt sagte er wir müssen operieren ach also er hatte zwei Möglichkeiten typisch Orthopäde würde ich schon mal sagen absolut oder hätte ich das jetzt gemacht hätte ich keine Beine mehr anscheinend jetzt wollte der ähm weil ähm wie heißt das was man sich auch ins Gesicht spritzt Hyaluron 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 das war fast sicher ausformuliert ein bisschen betrunken von deinem weil wenn ich so Gemüsesäfte trinke das macht bei mir das ist wie LSD das geht so rein ja da kommen also in die Birne reingeknallt okay Hyaluron wollte ja spritzen unter die Patella gespritzt weil da ja diese ähm Schmierflüssigkeit ist die dann schwindet so oder Transplantation pass auf jetzt hätte er mit einem weiß ich nicht auf dem Bau würde man sagen mit einem Achterbohrer zwölf, dreißig Mal in die Kniescheibe reingebohrt und hätte da äh Knochen hätte er sofort gemacht ne? ja hätte der sofort gemacht nachdem er sagt und was hast du für Beschwerden? jetzt pass auf du bist ja jetzt keine ausgebildete Ärztin sagst aber sofort das ist ein Muskelstrang es war ein Muskelstrang ich wäre jetzt der Komiker gewesen mit den dreißig Löchern in ner Patella ja mein Orthopäde hat mir auch gleich zu ner OP kriegt sofort Schmerzen und der hat mir während wir auf meine Röntgenbilder warteten ja die schon operiert und dir hatte der mich quasi schon operiert und sagte aber ähm dann erzähl ich dir noch einen guten Orthopädenwitz sagt er was weiß ich schon sagt er ja ich bin ja nur was weiß ich schon sagt er ich bin ja nur ein schlechter Orthopäde ach so eben und dann sagt er ach wir müssen auf die Röntgenbilder warten oh Moment oh jetzt muss ich mich schon wieder konzentrieren dann sagt er hier äh Aufgabenstellung äh Fußballplatz in der Mitte liegen 15.000 Euro ja rechts außen an der Fahne steht ein Onkologe links außen an der Fahne steht ein Unfallchirurg und an den beiden anderen Fahnen stehen ein guter und ein schlechter Chirurg wer kriegt als erstes die 15.000 Euro und ich pff ja warte halt so auf meine Röntgenbilder ich so naja René wahrscheinlich der schlechte äh Orthopäde ne genau warum weiß ich nicht und dann kam schon die Gesprächshundhilfe rein und brachte so meine vernichtenden Röntgenbilder ja und dann sagt er also der wieder konzentrieren der ähm Unfallchirurg würde für 15.000 Euro nicht aufstehen ja der Onkologe hat die Aufgabe nicht verstanden und den guten Chirurgen gibt's ja gar nicht fertig fertig war das und dann unter Erzen gibt's auch so ein Düsseldorf-Köln-Ding ne war die am Laufen haben die ganze Zeit Kardiologen auch ganz schlimm die sind irgendwie die kriegen die meiste Kohle weil die immer nur Röntgenbilder sich angucken und sagen oh oh weia oh da müssen wir ran ja sofort erstmal vier spritzen bis Januar aber sonst bist du gesund ja sonst bin ich gesund obwohl Moment Moment jetzt hast du mich jetzt hier mit Witzen abgelenkt wir waren ja bei dem Geschenk noch eben also mit diesen das ist ein Zaubermittel wirklich das ist total super da gehst du an diese an diese sogenannten Triggerpunkte aber es kommt mir so vor es ist wieder so ein wo ich denke du warst irgendwie im Keller und dann hast du nach irgendwas gegriffen tja weiß man nie du musst mir natürlich ein Stück weit vertrauen was von der Heizung abgefallen ist oder was ja genau du musst mir vertrauen mit und 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 fabrizierst da jetzt so einen Hüttenzauber draus naja wenn es dazu führt dass du in diese Knieoperation umhinkommst dann kannst du mir doch dankbar sein dass ich was von der Heizung abmontiert kannst du bitte nicht das einpacken ich pack das wieder ein damit du dich entscheiden kannst ich glaube ich würde dann das nehmen wo man nicht husten muss in 3 2 1 ja nimmst du das ja kannst du mir das wieder geben wirklich was mache ich jetzt mit der Kappe die ähm legst du im Hotel wieder dahin wo es lag so dass keiner gibst du bitte den Saft wieder du bist du jemand der schenkt und dann wenn man nicht guckt steckst du es wieder ein und bist dann weg also erstmal wo ist mein Geschenk und wo ist Annette naja stimmt ja jetzt habe ich wirklich alle vier wieder eingepackt das muss man das muss man allerdings sagen okay also das war ja die schlimmste Geschenkübergabe die ich jemals in meinem Leben hatte ich bin richtig ich würde mich gerne hinlegen jetzt ein stündchen ich lege mich mit hin ich lege mich auch wir legen uns einfach kurz hin wie ist denn das bei Weihnachten denn ja da an Weihnachten da mache ich eigentlich nur noch Geschenke äh Gutscheine bist du eigentlich zuhause viel du bist ja nur am arbeiten gar nicht weißt du noch wie dein Zuhause aussieht guck mal wie ich Zeit hatte für dich Geschenke auszusuchen ja da siehste mal ich arbeite so gut wie gar nicht mehr ich mache nur noch so einen Schwachsinn achso das ist wirklich Arbeit und jetzt nicht Geiz also das ist eine unheilige Kombination 300 Tage im Jahr zuhause bist du und dass das einfach nur Geiz ist es ist du hast viel zu tun ich habe ich ähm ich habe im Moment wirklich nicht besonders viel zu tun Annette wenn ich dich nicht so lieben würde ich wäre so sauer auf dich ich würde das über den Rechtsanwalt laufen lassen alles weißt du aber jetzt nimm mal den *** und reg dich ein bisschen ab und freu dich über dein Geschenk wie mache ich das denn ich mache immer pur andere Leute würden das jetzt mit Wasser verdünnen aus der Flasche aber ich schneime das so in den Hals rein das Salbeigewechs gemischt oh das riecht aber gut ja hau rein das riecht ja wie beim Zahnarzt mhm wenn du jetzt zum Beispiel wie viele Tropfen schaffst du Zahnarzt auch schön Zahnwurzelrezektion schon mal ja noch nie tolle Geschichte macht Spaß da gehen die unterhalb der Wurzel schneiden die das auf und dann behandeln die durch die offene Wunde die Wurzel das ist sowas ganz toll weil da sind ja auch die Nerven und so also das heißt die Betäubung und so wirkt ja gar nicht da kann ich wirklich und ich kriege direkt mit Zahnschmerzen wenn ich das nur höre das ist wie bei Augen und Zähnen habe ich keine Distanz ich bin ja Panikpatient du auch also beim Zahnarzt ich hab richtig bin ich aber ich tue so als ob ich es nicht bin ja doch ich hab ich bin noch offen ja Ingo heißt meiner ich bin nur weil Ingo Ingo ist muss ich dir vorstellen du musst von Köln nach Hamburg fahren die Distanz in Berlin so und ich fahr da gerne hin ich bin Tag und Nacht unterwegs das ist am letzten Rand von Berlin und da ist Ingo halt aha und was macht der das was macht der so gut dass du die Panik der redet so ruhig mit dir ach der quatscht dich die ganze Zeit voll dabei ja der hat einfach die Ruhe weg kennst du so einen Menschen der ist einfach der kann auch alles passieren der würde niemals durchdrehen achso und das hilft dann trotzdem nicht weil man ja trotzdem Angst hat aber dann weiß man okay ich hab gerade Panik aber du nervst wenigstens nicht weißt du die haben mir mal so einen Abdruck im Gesicht gemacht wie viele Tropfen nehme ich denn jetzt davon ja wie viel du schaffst wie die ganze Flasche oder was ne ne ich würde jetzt auf keinen Fall mehr als 5 machen 5 Tropfen normalerweise wird es ja mit Wasser vermischt und gegurgelt wenn ich mich jetzt über den Kopf halte ich sehe das doch nicht soll ich dir helfen und Moment Moment also 1 2 3 4 Stopp ach das waren das 7 boah das ist scharf ja das ist scharf hihihi Annette ist das so ein Gag jetzt oder was den du vorbereitet hast nein komm ich mach mit nein das ist mein Geld ich mach mit ich mach mit ich mach total total ist das scharf ja das ich weiß auch nicht ob das besonders gesund ist was wir jetzt gemacht haben Annette wenn ich dich nicht so lieben würde jetzt wäre der Punkt wo ich dich rausschmeißen würde wo ich sagen würde John hol die Takte und dann sollen wieder nach Hause fahren boah ist das scharf ja aber das ist doch super das ätzt alles weg was da nicht hingehört ist ja klar dass man nicht mehr hustet weil man ja damit beschäftigt ist nicht zu ersticken Oh Tolles Zeug Diese Frau, die ich so liebe, ist heute da. Schenke ich dir nächstes Jahr wieder. Freu dich schon. Kannst dich schon drauf freuen. Da kriegst du die doppelte Menge. So hat ich ja in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Und für was ist das jetzt? Das ist vorbeugend. Du kriegst nichts, kein Virus, keine Variante. Nichts kommt bei dir an. Fünf Tropfen einmal im Leben oder wie? Nee, alle, ich würde mal sagen... Annette, stellst du das bitte jetzt wieder zurück? Jetzt nimmt sie das wieder in der Hand und macht so, als wenn sie dir zumacht. Stell das jetzt hier hin, wo sie nicht rankommt. Ich glaub das nicht. Und wie geht's dir jetzt? Ja, es war wie eine Nahtoderfahrung. Danke dafür. Ich hab so ein Licht gesehen. Und da war ein Mann, der hat einen weißen Bart gehabt. Und der hat Alav geschrien. Alav, komm zu mir. Alav. Das ist eine fiese Scheiße. So, jetzt reden wir aber mal über die Serie. Also was ist das? Das läuft bei Amazon. Du drehst dir aber auch den Arsch ab, wa? Nee, ich hab das im Frühjahr gedreht. Und ehrlicherweise... Okay, und du bist eine Sexualtherapeutin? Genau. Wie bist du denn an die Rolle? Wie hast du dich denn da reingefühlt? Das ist mir zu privat, die Frage möchte ich nicht beantworten. Ich hab das mal gemacht, Sexualtherapie. Zwei Stunden. Als gegeben oder genommen? Wie? Also warst du als Patient da oder als in einer Figur, wo du ein Sexualtherapeutin... Oder was meinst du jetzt? Du hast wirklich mal eine Sexualtherapie gemacht? Ah! Und da hab ich genommen. Ah! Genommen und gegeben. Warst du... Darf ich dazu Fragen stellen? Ja, bitte. Warst du da alleine? Wenn es dir peinlich ist, über deine Rolle zu sprechen, entsprechen wir natürlich jetzt über meinen Therapieverlauf. Nein. War das mit Partner in oder warst du da alleine? Nee, da war ich alleine. Ah! Und? Soll ich's sagen? Ja. Ich war impotent gewesen. Ach. Und ich hatte zu der Zeit ne Freundin, wo ich ihr das nicht gesagt hab. So, pass auf. Die war... Ich war davor schon beim Urologen und der hatte mir Pillen gegeben. Sexpillen. Okay. So, die hab ich schon genommen. Und jetzt sagte er, haben sie das ihrer Freundin schon gesagt? Und mir war das peinlich. Weißt du? Moment, was? Das mit den Pillen gesagt? Oder dass ich impotent war? Ja. Weißt du? Dann hat er mir die Pillen gegeben, mir war das peinlich. Dann war meine Ex-Freundin im Urlaub vier Wochen. Und dann dachte ich, schlau wie ich bin, mach ich eine Sexualtherapie. Wie lustig. So, weißt du, wie so ein Crashkurs, wie so ein Ferienführerschein. Weißt du, in drei Wochen. Dann klappt dann, wenn die pünktlich, wenn die wieder... Und dann bin ich wieder da und dann läuft's wieder. Dann läuft's wieder. Du veräppelst mich nicht, sondern du hast das wirklich gemacht. Ist wirklich so. Ich weiß ja nicht, ob ich das so ausführlich in meinem Buch geschrieben habe. Hatte mit Depressionen zu tun. So, und jetzt war ich beim Sexualtherapeuten, weil ich diese Sexpillen nicht nehmen wollte. Und dann war ich da gewesen. Das waren nur zwei Stunden. Und der hat mir relativ schnell beigebracht, dass das mit dem Gehirn zu tun hat. Du denkst halt zu viel. Wenn du depressiv bist, denkst du ja den ganzen Tag. Und wenn du zu viel denkst, dann entkoppelt sich quasi das Lustzentrum vom Gehirn. Und hat keinen Bock mehr. Ist ein Cut irgendwie und das Lustzentrum sagt, pass mal auf Junge, seh mal zu, dass du oben alles klarkriegst und dann kannst du dich untenrum gerne wieder melden. Und dann ging das um Ablenkung der Gehirnhälften, dass man Übungen macht. Und das war dann später auch, als ich in einer Klinik war, Heike auch gemerkt, die Probleme, die ich hatte, waren dann irgendwann gelöst. Und dann war ich wieder, konnte ich wieder. Und da war der Typ, er war sehr hilfreich. Weil der das erstmal erklärt hat und gesagt hat, weil wir Menschen ja mal denken, du kannst ja nur einen Schaden haben, wenn ich dir jetzt aufs Knie haue und das blutet da. Dann wissen wir, okay, da habe ich einen Schaden, dann muss ich jetzt hin, dann muss ich näht werden, dann muss ich ein Pflaster drauf oder so. Aber so eine Sache, dass, wenn du zu viel denkst, dass du impotent werden kannst, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich dachte halt irgendwie, das ist ein Leiden, dass ich jetzt irgendwie Hodenkrebs habe oder so. Aber es hatte nur mit den Gehirnhäften zu tun. Gut, dass du dann zum Sexualtherapeuten nochmal gegangen bist, wegen Hodenkrebs natürlich. Ja, dann hätte mir die... Aber finde ich mega spannend. Ich war vor, ich wäre zum Orthopäden gegangen, zu meinem Orthopäden, der hätte mir Detail entnommen. Der hätte wieder alles, zack, zack. Weißt du? Nee, das machst du alles. Ich leide hier den... Nee, also das war die Geschichte. Deswegen würde ich immer allen Leuten raten, egal was ihr habt, geht immer zum Therapeuten, wenn ihr nicht weiterkommt. Weil da gibt es wirklich für jede Situation, gibt es ja da jemanden, der dir da helfen kann oder dir einen Tipp geben kann. Mein Urologe sagte zum Beispiel Stress. Du hast einfach Stress. Ja. Und dann sollte man auch nicht so wie ich, sondern man sollte den Leuten auch vertrauen und nicht erst denken, das ist ein Betrüger. Ich dachte, das ist ein Betrüger, weil ich dachte, ich habe da keinen Stress. Ich habe halt 370 Tage im Jahr irgendwie irgendwas zu tun, bin alleinerziehend, da habe ich doch keinen Stress. Weißt du? Nee, natürlich nicht. Ich habe ja die Abende noch. Was für ein Missverständnis. Und von daher denke ich immer, Therapie immer gut, geht da hin. Wenn er nicht weiterkommt, geht da hin. Hat bei mir auch, wie gesagt, ich war zwei Stunden da. Ich dachte, die Sexualtherapie dauert dann irgendwie fünf Jahre oder so. War, um in dem Sprech zu bleiben, eine schnelle Nummer. Würde ich dann gegebenenfalls für eine zweite Staffel dich nochmal um Rat fragen. Ja. Oder um diese Telefonnummer. Können wir gerne machen. Ja, finde ich wirklich interessant. Ja. Und ist das Comedy, was du da machst? Also das ist auf jeden Fall eine sehr schöne, lustige Serie. Ich habe jetzt tatsächlich acht Folgen so weggeguckt. Wir haben diese erste Staffel gedreht im April. Guckst du deine eigenen Sachen selber? Ungern. Also ich gucke die. Also du guckst die jetzt nicht, weil du so begeisterst bist von dir selber und sagst. Doch, nur deswegen. Das ist der einzige Grund. Ich will mal was Schönes sehen heute. Da gucke ich am besten meine eigenen Sachen. Da gucke ich was mit mir. Da hole ich mir die Sat.1-Box, CD-Box, DVD-Box Annette Frier raus. Nee, ich finde das dann schon wichtig, sich das angeguckt zu haben, wenn man darüber auch was sagen soll. Und so weiter und so fort. Und ich bin wirklich Zaungast in dieser Serie. Ich habe immer zwei, drei Szenen pro Folge mit denen in dieser Therapie. Wie, du bist da gar nicht der Haupt-Act? Nee, überhaupt nicht. Na, dann will ich es ja nicht sehen. Ja, nee, das ist nichts für dich. Dann gucke ich mir das nicht an. Das ist nichts für dich. Soll ich dich mal anrufen, den Produzenten, und fragen, ob der so noch alle hat, dass er dich da nur so kurz besetzt? Komm, mach mal jetzt. Ja? Ja. Komm, machen wir sofort. Nee, das ist ganz schön. Das ist jetzt aber auch nicht wirklich, nicht jahresfüllend gewesen. Und zurück zu dem, was du gerade eben gesagt hast. Es ist wirklich so, dass ich dieses Jahr so wenig gearbeitet habe, wie in den ganzen letzten zehn Jahren. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dich immer irgendwo, immer irgendwo sehe. Alles alte, alles Sachen, die ich letztes Jahr gemacht habe. Nein, ich habe ja letztes Jahr mit der Reihe aufgehört. Ich hatte so eine Reihe im ZDF, wo ich dann Asperger-Autistin gespielt habe. Diese, ja, sehr lustig. Und da habe ich, Ella schön. Ja, so streng. Ja, genau. Aber empathie, nee, empathielos? Nö, was heißt empathielos? Das ist so ein bisschen das, was dann die sogenannten normalen Leute gerne sagen. Ist die Asperger-Autisten und Autistinnen. Also empathielos wirkend? Genau. Du denkst immer, was für ein Arschloch. Aber doch voller Gefühl. Auch wenn du so streng warst. Es ist wie, ja, ja, es ist sozusagen, es geht nicht raus. Da ist so irgendwas. Ach so, bei der Ella. Ja. Ach so, hast du das geguckt? Naja, klar. Und dann dachte ich immer, das ist genau das Ding. Also jetzt nicht, da ist eine strenge Frau, die den ganzen Tag nur schimpft, sondern da ist eine streng wirkende Frau. Ja, die bemüht. Wo aber irgendwas aus den Ohren strahlt oder so, wo man merkt, nee, da ist das Gefühl. Sie zeigt es nur anders. Ja, ja. Da gehen, weiß ich nicht, die Ohren flattern oder irgendwas. Weißt du? Und toll gespielt, weil sonst hätte man gedacht, Ja, Alette Frier spielt halt streng. Ja, das habe ich auch wirklich super gerne gespielt. Und das war toll, weil jetzt so, die Blicke halt auch. Die Blicke waren so, wo ich dachte, nee, die ist nicht tot innerlich. Da ist was. Nee, ganz im Gegenteil. Aber dreht man da nicht durch? Doch, man dreht durch. Das ist ja Schauspielerei ohne Mimik eigentlich. Ja, ja. Und das Verrückte ist, was ich irgendwie nach dem dritten Film auch so gemerkt habe, es gibt ja keine Heilung. Du bist ja normalerweise auf der Suche nach so einer Katharsis für eine Figur. Ja. Du sagst, die fängt da an, ist unglücklich. Ja, ja, genau. Und am Ende soll es der besser gehen. Und bei so einer Diagnose ist ziemlich klar, da wird nicht viel passieren. Die bleibt so. Was sich oft verändert, ist das Umfeld. Und da haben wir dann auch ganz viel mit gespielt. Aber ich habe irgendwann im dritten Film gemerkt, ja, also wir können das jetzt gerne inszenieren, aber ich bin schon wieder fertig mit meiner Figur. Wo kommt denn die Entwicklung her? Durch den Text denn? Naja, klar, durch die Geschichten. Und die waren ja auch wirklich schön und toll. Und das war ja ein super Ensemble. Hat auch mega Spaß gemacht. Aber die Rolle war tatsächlich abgeschlossen. Und dann habe ich meinen Kindern letztes Jahr, weil das immer so mitten in Sommerferien bis zum Herbstferien lag, habe ich gesagt, so nächstes Jahr wird da nichts gemacht. Dann ist sozusagen Sommerferien sind komplett frei. Und die Herbstferien auch. Und dazwischen bleibe ich auch mit dem Arsch zu Hause. Dann war es noch so, juhu, yes. Und vierte Woche Sommerferien dieses Jahr. Dann können wir ja nächstes Jahr viel zusammen machen. Da wicke ich mich auch. Ja, wirklich. Ich mache nächstes Jahr drei Monate Sommerpause. Inklusive dieser sechs Wochen. Und davor aber wollte ich das einmal in meinem Leben machen, dass ich vor den Sommerferien schon vier Wochen frei habe. Dass wenn die Kinder den ersten freien Tag haben, komme ich völlig entspannt in die Sache rein. Ich habe es genauso gemacht. Dann sagen die, wir haben Ferien. Und dann sage ich, ist mir doch egal. Ja, genau so habe ich es gemacht. Und nicht so, dass es so ein Zwang ist, wie am 24.12. noch einen Weihnachtsbaum kaufen und eine Weihnachtsgange. Ich kann es dir nur empfehlen. Und das Geilste, was passiert ist, dann in diesen Sommerferien, weil ich dann ja auch wirklich einfach immer da war. Und wir sind durch Frankreich geguckt. Dass die Kinder wieder sagen, Mama, dreh doch wieder bitte. Genau so war es. Ist so, ne? Ich will nach Hause. Ich will kein scheiß französisches Schloss mehr sehen. Es reicht. So, das war wirklich, das war spitze. Ja, weil wir immer dann versuchen, alles nachzuholen. Ja, das ist natürlich auch ganz schön erbärmlich. Wir machen jetzt Urlaub vier Wochen in 80 Ländern. Oh. So, und bleiben in jedem Land eine halbe Stunde. Und dann fliegen wir weiter. Ganz schlimm. Und dann immer noch Bildungsauftrag. Ja. Weil man ja wieder acht Wochen nicht zu Hause war. Ja, ja. Und dann sagt, ach, oh Gott. Kennst du das? Ja, Papa ist ein Auto. Was willst du mir hier erzählen? Schloss von Versailles. Hier raus, hier raus fahren. Guckt mal, Kinder. Oh Gott. Ja, ja, ja. Das machen wir. Hast du das auch, dass deine Kinder auch fragen, Mama, wann geht es eigentlich wieder los? Wann drehst du? Also da, im Sommerfilm war es wirklich so. Weißt du, so unterschwellig, dieses eigentliche, wann gehst du wieder? Ja. Was ich manchmal traurig finde. Ja. Das ist jetzt sowieso. Letztens haben meine Kinder gefragt, wann gehst du wieder? Und dann war ich traurig, hatte schon wieder Tränen in den Augen. Und dann war es aber nur ein Interesse. Also die Frage. Es war fast so eine Floskel. So, wie geht es? Wie war es in der Schule? Wollten sie auch mal zurückfragen? Also wie, was machst du beruflich? Geht es da weiter? Und ich dachte schon wieder, Papa wird abgeschoben wieder. Ja, das stimmt. Und die sind, meine sind 14. Wie alt ist das älteste Kind bei dir? Seid nicht. Ah ja, okay. Ich sage nicht das Geschlecht, also die Anzahl, vier Kinder und das Geschlecht zeigt nicht und das Alter. Ja, das ist mein Deal. Ich kann mir ja jetzt was vorstellen, das ist doch ganz gut. Also die sind von null zwischen null und 99. Null ist ja übrigens das beste Alter für Kinder, finde ich. Wie alt ist dein Kind? Null. Null. Ich mache es erst noch. Nein, die sind doch, auch wenn die auf der Welt sind, sind die ja null. Ja. Die sind ja erst mal null. Würdest du jetzt nochmal, wenn ich jetzt sagen würde, ich schenke dir jetzt ein Kind, würdest du, hättest du da nochmal Bock drauf auf diese, da denke ich immer dran, auf dieses nochmal anfangen von vorne, würdest du nochmal von vorne anfangen wollen? Könnte ich dir ein Kind schenken? Würdest du dich freuen? Das ist ja zu blöd, dass man jetzt, wir schenken ja keine Kinder, aber ich denke dann immer so, ich habe vier Kinder und ich liebe die alle sehr, aber es reicht. Ja, bei mir reicht es auch. Bei mir reicht es auch komplett. Und dass ich dann denke, ist ja jetzt nicht böse gemeint. Das ist ja einfach, wenn ich jetzt ein fünftes Kind hätte, wäre die Interesse, oder wenn es jetzt ein kleines Kind wäre, müsste man die ganze, nicht Liebe, aber Aufmerksamkeit diesem Kleinsten wieder schenken. Und dann denke ich, ich bin so froh, dass diese Familiengeschichte abgeschlossen ist. Weißt du? Toi, toi, toi. Na ja, jetzt könnte höchstens der Storch, der Blödmann kommt. Weißt du? Nee, ich würde nicht nochmal von vorne. Nee, ich finde das auch, ich finde das absolut ausreichend. Und man hat dann ja auch irgendwie andere Sachen. Ich bin jetzt Tante geworden. Oh. Meine kleine Schwester Caro hat ein Baby gekriegt. Toll. Und das ist geil. Und da habe ich so ein bisschen geschnallt, was meine Mutter meinte, wenn sie Oma ist. Ja. Du bist dann schon so, ne? Da freue ich mich. Also Opa freue ich mich denn wieder, dass ich dann so denke. Ich finde auch Tante super. Ja. Mitnehmen und dann sagen, so Caro, das war aber jetzt heute wieder schön mit deiner Tante. Wollte ich gerade sagen, als Opa die schönsten Sachen der Welt machen und abends sagen, sag mal, wann kommst du denn, holst du ein Kind ab? Weißt du? Dass man es wieder abgeben kann. Absolut. So die ganze, sich einen richtig schönen Abend macht bis morgens um vier, weil man weiß, ist mir egal, ich kann dir ein Kind abgeben, weißt du? Ohne schlechte Gewissen zu haben. Genau so ist es. Und was auch passiert. Wo man weiß, das Kind ist dann bei meinen Kindern und sagt, bei Opa war es so schön, wann kann ich dann wieder hingehen? Und was die aber machen, ist dir das mal aufgefallen? Oder ist das, Frage, ist das bei deinen Kindern, die ja null bis 99 Jahre alt sind, ist das auch so? Also das Älteste kommt jetzt ins Heim, also ins Altersheim. Okay, gut. Du kümmerst dich wirklich um alles, muss ich schon sagen. Ich pflege meine Kinder auch im Heim, dann im Altersheim. Ist das bei euch auch so, wenn jemand anders aufgepasst hat oder wenn die woanders waren, zum Beispiel zwei, drei Tage, wenn du unterwegs bist oder so, holst die wieder ab, dass die dann sofort quengelig werden und meckern und motzen und dass die vorher richtig gute Laune hatten, also dass die mit der Betreuungsperson eine spitzen Zeit hatten und dann kommst du wieder und dann gibt es sofort eine kleine Eskalation oder so, kennst du? Ja, dass die sagen, woanders ist schöner, ne? Ja, also indirekt, sondern es geht sofort hoch. Also woanders schmeckt es besser, es schmeckt besser. Ja, alles. Die Familie ist besser. Bessere Gespräche. Wo ich dann so einen Hass kriege. Die sehen besser aus. Ja, bessere Berufe, der ist Tischler, der Vater, der macht richtig, der steht morgens auf. Genau. Der hat einen Beruf. Der hat einen Beruf. Der hat überhaupt einen Beruf. Der kann die Sachen anfassen, die er macht. Ja. Der hilft anderen Leuten, weil da ist was kaputt und dann repariert er das. Aha, genau. Also das haben wir schon viel, das Thema. Und ich setze mich halt hier in so ein Studio und... Und lasse dich beschenken. Lassen mich beschenken. Aber ich liebe das ja. Also ich habe da Neoprenanzug, sagt man immer. Du brauchst bei Kindern Neoprenanzug, dass viele Sachen einfach abprallen und einfach nur das an dich ranlassen, was wirklich wichtig ist. Also die stehen am Abhang und man greift dann zu, kurz bevor sie fallen. Ansonsten steht man in einer gewissen Entfernung da und guckt halt, wie die Kinder am Abhang zusammen blind Lombarder tanzen. Genau, das ist ein wunderschönes Bild. Vielen Dank, dass du mir das jetzt nochmal in die Rübe gesetzt hast. Das beruhigt mich wirklich total. Das war nur, wenn es wirklich hart auf hart kommt, eingreift. Fällt mir schwer. Ja? Ja, finde ich schwierig. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Genau so. Ich habe, ich weiß noch nicht, wann das gestartet ist bei mir im Kopf, aber die sind loslassen. Da bin ich mittendrin. Ich habe eine große Angst gehabt, dass die Kinder dann ausziehen. Ich habe ein Kind, wo ich weiß, klar, du könntest gehen. Du könntest gehen. Und da hatte ich vor zwei Jahren ganz große Angst. Wo ich so dachte, naja, wenn das Kind dann weg ist, dann hat das Kind noch Kontakt zu mir? Ruft das Kind an? Sitzt das Kind irgendwo und sagt, ich bin froh, dass ich den Arsch da nicht mehr habe? Und jetzt ist die Regelung so, dass das Kind gesagt hat, ich bleibe. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert. Und dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen und habe ich weint. Ach, schön. Weißt du, wo ich so dachte, das ist doch das beste Kompliment, dass man sagt, ich kann jetzt gehen, aber ich bleibe noch. Weißt du? Das ist gut. Ich so, diese mit 18 jetzt bis zu 18, jetzt geh mal. Also bei mir war das so, da hat das richtig da, das hat da auf ihn ausgeführt. Du wirst 18, du gehst dann. So, tick, tack, tick, tack. Und dann war wirklich Fakt, du bist jetzt 18, geh bitte. So wie im Tierreich, weißt du? Ich bin die Löwenmutti und beiße dir irgendwann den Arsch und signalisiere dir, hau ab hier. Geh, das war es jetzt. Was soll denn das hier? Ja, vor allem schneit man es in dem Moment. Das ist mein Fleisch, ich habe mir die Gazelle jetzt gefangen, davon gebe ich dir nicht ab. Gibt es ja auch nur bei uns in der Natur. Das gibt es ja nur bei den Menschen. Dass man so lange, dass die so lange hilflos sind. Ich hatte am Anfang zum Beispiel immer, als die Kinder so ganz klein waren, habe ich gesagt, wenn ich jetzt hier rausgehe und nicht mehr wiederkomme, verhungern die. Ja, das ist krass, ne? Ich bin über diesen Gedanken wirklich. In der Tierwelt kann man denn sagen. Der hat mir richtig, also ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? So einen Gedanken hatte ich noch nie vorher. Und den hatte ich aber richtig über Monate, dass ich dachte, das ist ja pathologisch. Weil ich das unglaublich fand, weil ich das erst mal gedacht habe, ach das meinen die mit Verantwortung. Das war das Ding, dass man dann denkt, jetzt wird dir die Verantwortung klar, dass das hier auch noch drei, vier Jahre richtig gut laufen muss mit mir. Dass ich die hier auch ernähren kann. Unglaublich. Das kommt dann auch dazu. Ein Riesenschreck. Und dann unser kranker Beruf noch, wo man nicht weiß, ich weiß ja nicht, was in drei Jahren ist. Ein Riesenschreck. Meine Tochter, die war am Anfang, das sind ja Zwillinge, und die war noch so klein und so. Und die war immer gut gelaunt, wenn ich die auf dem Arm hatte. Ja. Aber die war immer zwischen 19 Uhr und 23 Uhr abends. Wenn ich sie nicht, wenn ich sie nicht auf dem Arm hatte, hat die angefangen zu weinen. Also eigentlich eine ganz einfache Regel, ne? Auf dem Arm immer. Du weißt halt, was du machen musst. Das ist gleich wieder 19 Uhr, die ist jetzt noch gut drauf. Und wenn du um 19 Uhr hier den Raum verlässt, dann fängt die an zu knatschen und das geht bis 23 Uhr. Und da kann keiner was machen. Und keiner kann da, kann auch kein, nicht mein Mann konnte helfen oder meine Mutter. Was dazu führte, dass ich sozusagen die ersten vier Monate mit meiner Tochter und Schuckeln, also wir mussten durch den Flur, auf und ab, auf und ab. Ja, ja, mit dem Buggy schieben? Genau, nee, nee, auf dem Arm. Okay. Ich hab die wirklich vier Stunden, ich hab die zwischendurch natürlich mal abgelegt, weil ich bin so eingepennt im Flur mit dem Kopf an der Wand. Und dann hab ich mir Sachen vorgestellt, weil ich war so verzweifelt natürlich, weil du bist so K.O., du schläfst ja nicht. Und ich war so verzweifelt darüber und hab aber auch gedacht, okay, wir müssen das jetzt machen, es gibt ja keine Alternative dazu. Und dass ich, dass ich, ich hab geweint und so, also jetzt gar nicht, weil ich alles so furchtbar war, weil ich so K.O. Ich war so K.O. Ja, weil du weißt ja auch nicht, vielleicht dauert das jetzt noch zwei Jahre. Richtig, das weiß man ja alles nicht. Du hast kein Ende. Und weißt du, was mir geholfen hat? Ich hab mir dann Sachen vorgestellt. Ich hab mir dann irgendwann, hab ich gesagt, so, jetzt muss mir die Fantasie helfen, wie immer. Und dann hab ich mir vorgestellt, stell dir vor, du wärst im Krieg. Stell dir vor, du wärst alleine in dieser Wohnung. Es wär keiner da. Keiner könnte dir irgendwie helfen. Stell dir vor, du hast keine Milch. Du bist hier mit zwei Kindern. Ich hab mir so, ich hab mir so ganz krasses Szenarien vorgestellt, die wirklich direkt hinter meinem kamen für mich zu dem Zeitpunkt. Und dann hab ich gemerkt, es geht ja wieder, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Dann geht man halt ein bisschen auf und ab abends. Sowas. Also das find ich erstaunlich, zu was man dann greift, damit das funktioniert. Oh, ich kann das auch noch. Die Kinder morgens in die Kita bringen und dann hast du ein Buggy, aber das Kind will nicht in den Buggy. Es muss getragen werden. So, jetzt trägst du das Kind, schiebst du in den Buggy, es schneit. Es ist bitterkalt. Und du weißt, ich kann das Kind jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, lauf. So, ich kann es auch nicht irgendwo hinsetzen. Es schneit immer doller. Und stell dir vor, du hast auch noch den Fehler. Das ist dann Schnee und dann regnet das und man denkt so, was ist das? Und wenn du noch einen Fehler gemacht hast, nicht vorher beim hier Budnikowski oder wie heißt das bei Rossmann oder DM warst. Nein, dass du noch eine Tasche hast. Ich hab teilweise Tüten stehen lassen auf der Straße. und hab die irgendwie eine Stunde später abgeholt. Wirklich. Ich hab manchmal... Das Kind ist so schwer, aber ich kann es ja nicht fallen lassen. Ja, genau. Ist ja kein Kartoffelsack. Ja, das ist keine Option. Du siehst schon, wer weiß, wer weiß, was schneit. Und man denkt, was mach ich denn hier? Das ist unglaublich. Weißt du? Und dann dachte ich, ich dachte morgens schon, ey, ich muss ja das auch abholen, nachdem, dass ich hoffe, es schneidet. Das ist wirklich... Dieser Hustle mit, du hast ein Buggy. Die Welt kann so schön sein, aber ich will da nicht rein. Was ist das? Und das war bei mir nur noch getoppt, wenn mit zwei Kindern unterwegs alleine. Ja, na klar. Der Cruiser. Hast du einen Cruiser ja? Ja, klar. Und wenn du dann, wenn du einen auf dem Arm hast und der andere hat das mitgekriegt aus Versehen, weil der ist gerade wach geworden und denkt, okay, die schreie ich jetzt an, bis die eine andere Lösung hat. Die Zwillinge ist natürlich auch krass, weil du alle zeitgleich zweimal machen musstest. Genau. Und dann hast du vom einen schon den Handschuh verloren, bei der anderen ist die Mütze, die siehst du noch, du siehst noch 20 Meter weiter weg, ah, da im Matsch liegt noch unsere Mütze. Die muss ich heute Nachmittag auf jeden Fall irgendwann abholen. Aber das Kücheltier ist vor vier Kilometern ins die Büsche geworfen worden. Oh Gott. Das hört sich wirklich so an, als ob wir uns zuletzt 1944 vor Stalingrad getroffen haben. Stimmt. Als wenn wir das lange... Ja, wenn man es einmal zulässt, dann geht es los. Und da denke ich, also, ich bin froh. Ich bin auch froh. Gut. Also das war ja eigentlich, deswegen haben wir uns jetzt vier Stunden... Vier Stunden darüber. Vier Stunden über die Frage. Ich bin völlig fertig, ich muss mich schon wieder hinlegen. Bin total K.O. von der Anstrengung. Du kannst ja mal meine Tropfen hier nehmen, da bist du hellwach wieder. Wollen wir jetzt mal zehn nehmen? Wo ist die denn her? Wollen wir jetzt mal zehn Tropfen nehmen? Oh, ich kriege richtig so Herzklappen. Können wir natürlich machen. Weil ich denke, ich muss ein Kind von der Kita abholen, aber muss ich ja nicht. Bist du so ein Challenger? Sollen wir es mal probieren? Ja, okay. Also, du zählst und sagst mir, wie viel ich geschafft habe, ja? Wie? Also, bis die Flasche leer ist, oder was? Naja, also es ist jetzt ein bisschen... Aber Annette, es ist doch mein Geschenk. Jetzt sind wir doch schon wieder an dem Punkt, wo du jetzt mein Geschenkost trinkst. Aber du darfst doch jetzt auch nicht geizig sein mit deinem Geschenk. Ich hole dir gleich nochmal eine neue Flasche. Nee, aber das war ja dein Geschenk jetzt. Ja, ich weiß. Das ist ja mit Liebe passiert. Ja, aber jetzt ist das Kind doch schon im Brunnen gefallen, hätte ich fast gesagt. Du hast ja mit Liebe das gekauft und hast mit Liebe dann sicherlich auch die Hälfte vorher schon ausgetrunken. Nein, nur einen Schluck, weil ich wollte noch... Alle guten Dinge sind drei, ich wollte ja drei Sachen hier hinstellen. Dann habe ich gedacht, das muss ich auch noch raus. Aber ist doch, guck mal, früher vor Aufzeichnung haben wir Prosecco getrunken. Heute, weißt du... Knallen uns! Heute knallen wir uns jetzt. Knallen uns selber rein! Okay, komm, los geht's. Du zählst die Tropfen und dann bist du dran, ja? Ich seh's ja gar nicht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Und dann natürlich... Warte, ich möchte dein Gesicht noch. Weil dann ist der zweite Teil, dass man... So viel habe ich noch nie genommen. Mach das bitte nicht nachmachen zu Hause. Okay, ist wirklich viel. Aber sag mal, hast du das Spiel mit einem anderen Mann schon gespielt heute? Du hast da selber draus genascht. Möchtest du dich wirklich hinlegen? Die Mikrofone haben wir gestern getestet, gehen bis auf den Boden. Du könntest jetzt ohnmächtig werden, die könnte dir das Mikrofon an den Mund führen und du könntest im Liegen, während wir auf den Notarzt warten, können wir trotzdem den Podcast weitermachen. Können wir uns über Kinder unterhalten? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Guck, das ist aber gerecht. Du hast genauso viel gemacht wie ich. Elfer. Oh, das ist ja super. Aber die Leute würden es freuen, weil wir halt nicht kauen. Deine Gesichtsfarbe verändert sich. Ja. Uns kann heute nichts mehr passieren. Uns kann heute nichts mehr passieren. Jetzt mal im Ernst. Ich habe schon wieder vergessen, für was das eigentlich jetzt ist. Gegen alles. Für und gegen alles. Ist ja kein Partyspiel von MB oder so. Könnte noch eins werden, wenn wir so weitermachen. Das ist scharf. Ja. Für was ist das denn? Gegen Husten. Das ist wirklich, sobald ein Kratzen im Hals ist, rein damit und dann ist alles frei. Bei mir wirkt und bei dir ja offensichtlich auch. Aber wir haben jetzt kein Kratzen gehabt, weil wir können ja schlimme Sachen jetzt passieren. Stell dir vor, stell dir vor, du hättest ein Kratzen gehabt und das wäre jetzt komplett weg. Ich sehe mich schon nachher in einer Notaufnahme das erklären. Ja, Annette Frier war da, die hatte eine Badekappe bei, wo ich gesagt habe, die möchte ich nicht. Und dann hat sie mir diese Tropfen gegeben, wo mir ja deswegen der Arm abgefallen ist, den ich hier habe im Mund, damit sie mir den wieder annähen kann. Wenn du das nächste Mal beim Ingo bist, dann nimmst du vorher und dann kippt der Ingo um. Dann muss der nicht mehr sprechen mit dir. Aber das ist doch auch das, was die da im Mund, das riecht so nach Zahnarzt. Ja, ja, voll. Das riecht nach Ingo gerade, ne? Das riecht nach Ingo hier. Der sprüht sich ja damit ein, unter den Armen auch. Weißt du? Natürlich. Zahnärzte machen das. Das weiß ja jeder. Mit dieser Spritze. Weißt du, wenn der neue Patient kommt. Pst, pst. Ich habe gestern zwischen meinen Besuchen bei der Apotheke und hier für die Badekappe und so, habe ich zwei Folgen Schickrömer geguckt. Oh. Wie machst du das vorher, dabei und danach? Das würde mich wirklich interessieren, weil das ist schon für mich von außen, ne? Und das ist ja eine rein energetische Sache. Die Energien aus diesem Raum, die so krass dann sind, die knallen mir in die Fresse. Ja. Und in den Körper. Und ich denke, oh Gott, es gibt wirklich keinen Grund abzuschalten und genau, du hießt dann diese biografischen Daten vor. Aber ich bin auch wirklich fassungslos und es ist wie ein Schock, der sich auf den Körper setzt, weil einem diese, im schlechtesten Fall passiert folgendes, dass mir die Person leid tut, wo man sich dann dabei erwischt und denkt, nee, nee, das geht auch nicht. Und dann frage ich mich, aber wie muss es für dich sein? Weil du bist ja das Gegenteil dessen, was du da dann auch spielst. Es ist ja auch wie so, als ob du dir eine Verkleidung mit diesen Blättern anziehst und sagst, so, jetzt wirst du gegrillt. Ja, ich bin Komiker, Schauspieler und die Rolle ist die des Journalisten. Wo man dann, also wo viele Leute, wo ich so gemerkt habe, ich habe irgendwann im Interview mal aus Spaß gesagt, ich bin Starjournalist. Also SCH auch, Star, nicht Star, sondern ich bin, ist mir so rausgerutscht, ich bin Starjournalist. Und ich sehe das jetzt ab und zu in der Presse, steht dann drin, der Starjournalist Kurt Krömer, wo ich so denke, Leute, wenn ich jetzt sage, der Bundeskanzler Kurt Krömer, dann bin ich morgen Bundeskanzler, weil die das in der Zeitung schreiben. Naja, die Presse, für die ist es ja auch schwierig. Und dann hat das so ein Eigenleben, dass ich dann kritisiert werde für schlechten Journalismus. Unglaublich. Wo ich denke, Leute, ich bin kein Journalist. Also ich habe auch in den 90er Jahren, kann ich mich vielleicht heute outen, gar nicht zack moderiert. Das war nämlich Friedrich Küppers. Das war ich gar nicht. Das war der Land. Ich hatte auch kein Volontariat gemacht. Ich habe nicht mal Germanistisch studiert. Ich bin nach 10, 10, 10 Schuljahren abgegangen und das war es so. Ja, aber du, okay. Im Prinzip ist Gott sei Dank meine Frage damit beantwortet. Ja, es reicht. Weil ich lehre dir das an. Das ist so wie so ein Fußballspiel, wo du 84 Millionen Trainer hast, die das alle besser wissen, weil das ist ja nichts anderes wie Fußball. Ich bin vom Tor, 11 Meter, trete auf den Ball und manchmal treff ich halt nicht. Und dann sagen 84 Millionen Leute, wie kann man denn so blöd sein, da den Ball nicht zu treffen? Und dann sagen, naja, weil mir der Schuh abgefallen ist. Oder es hat geregnet, die Stelle war nassig. Weil du nicht vorher genommen hast. Und klar, da war gar kein Torwart im Tor drin und ich habe trotzdem über das Tor hinweg geschossen. Und dann denke ich so, ist doch klar, dass ich da Fehler mache. Aber diese Begehrlichkeiten zum Beispiel auch von der Presseseite, die sind ja auch vollkommen klar, weil die sich die Zähne ausbeißen. Die sitzen mit den Leuten am Tisch und machen sozusagen ihren investigativen Journalismus und kommen natürlich nicht weiter. Und dadurch, dass du diese Grillerei da machst, mit Anlauf, als Experiment, wo ich mich wirklich manchmal um deine Gesundheit, das meine ich kein bisschen ironisch. Ja, ich bin manchmal kotzen gewesen. Weil man das richtig spürt, wie du dich dann auch einkramst. Weil du kriegst keine Ahnung. Guck mal, wenn wir jetzt im Gespräch sind, dann kriege ich ja von dir Antworten. So, wenn du mich fragst, Sexualtherapeut, ja oder nein, dann weiß ich schon, für andere Leute ist das peinlich. Ich hätte dich jetzt nach Sexualtherapie nicht gefragt oder ich hätte gemerkt, du willst nicht darauf antworten. Dann hätte ich gedacht, dann lass dich halt, ich will dich ja hier nicht vorführen oder so. Aber durch dieses Schäk-Römer-Kack-Ding habe ich zum Beispiel, bin ich offener geworden. Also du kannst mich, also bis auf meine Kinder, kannst du mich alles fragen. Du kriegst überall eine Antwort, weil ich selbst in dieser Sendung immer dachte, warum sagst du es nicht? Ich habe ja bei Schäk-Römer, kannst du sagen, tausend Fragen gestellt, aber nie Antworten gekriegt. Weißt du, das ist jetzt ein Julian Reichelt irgendwie, der seinen Arbeitsplatz bei der Bild verloren hat, weil da in Anführungszeichen was vorgefallen ist. Er aber einer der besten Chefredakteure dieser Zeitung war und trotzdem gehen musste, mir dann aber sagt, da ist nichts vorgefallen, böse Leute im Hintergrund. Wo ich denke, na wer sind denn diese bösen Leute im Hintergrund? Weißt du? Und dann sitzt du da und weißt, du kriegst doch von dem jetzt keine Antwort. Und dieses, ich frage dich was und ich kriege keine Antwort, das kotzt mich einfach an. Ja, das verstehe ich. Und es sind ja auch noch Leute, die sozusagen da, wie heißt sowas, auch durchs Dorf gezogen wurden, zu Recht. Ja, ja, ja. Also das ist ja überhaupt nicht, und das Schlimme ist, wenn dann sowas passiert, dass man denkt, ja nee, das ist jetzt aber auch nicht. Und wenn die dann quasi so einen Opferstatus auch bekämen. Ja, ja. Haben die ja teilweise, haben die ja. Bei Reichelt war es so, wo ich dachte, klar ist es bei mir so, ich lade mir keinen Gast ein, wo ich weiß, der ist jetzt schwächer als ich und den schlage ich jetzt verbal Krankenhaus rein. Wenn ich jetzt so eine Petri habe, ich hätte keinen anderen Menschen so interviewt wie sie, dass man immer wieder auf die Fehler eingeht und sagt, ja Annette, du hast aber 1992 einen Film gedreht, der ja nicht so gut angekommen ist. Und dann erzählst du von deiner Serie und dann sage ich, ja, aber 1992 hast du dann noch einen anderen Film gedreht, der war auch nicht erfolgreich. Weißt du? Also das macht man dann nicht, dass man immer auf die Fehler eingeht, aber bei so einer *** denke ich, denn das ist schon gut zu zeigen, dass du andauernd Fehler gemacht hast. Und es ist deswegen so stark, weil es das sonst nicht gibt, deswegen wird das so viel geguckt und deswegen sage ich ja auch, ich gucke mir das an und Petri habe ich damals auch gesehen und es ist eben körperlich fast nicht aushaltbar. Und dann sehe ich dich und frage mich, wie fühlt sich das danach an? Zum Kotzen. Also ich war wirklich, also stell mal vor, ich komme mir dann vor wie so ein Schlagersänger, also ich will jetzt nicht sehen Schlagersänger, aber vielleicht, dass du in einem Beruf bist, den du hast wie Scheiße. Also stell dir vor, du bist jetzt Schauspielerin und du hasst es, auf die Bühne zu gehen. Und jetzt sagt aber ein Veranstalter, wir haben aber 300 Städte jetzt gebucht. So und dann gehst du jeden Abend auf die Bühne und sagst, ich hasse es, auf der Bühne zu stehen, ich hasse das Publikum, ich hasse Scheinwerke, ich hasse die Kollegen. Ich glaube. Weißt du, dass ich jetzt... Willkommen im Tourneetheater, meine Damen und Herren. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Dass ich da, dass es so eine kranke Welt ist, dass ich mich immer gefreut habe, ist mir immer das Herz aufgegangen, wenn ich Fröhlich Küpers Busch gesehen habe. Dass ich dachte so, ich liebe den Mann einfach. Aber ich bin schlecht gelaunt in Sender gegangen, ich bin schlecht gelaunt in die Sendung rein. Ich habe schon gesagt, bitte tut mir einen Gefallen, wenn wir die letzte Aufzeichnung haben, dass es kein Arschloch ist. Dass ich aus dieser Produktion rausgehe und noch sitzen kann. Wir hatten Rosa von Braunheim da, wo ich mit ihm und seinem Freund dann noch stundenlang mit Fröhlich auch saß und wir haben uns unterhalten. Wo ich dachte, ist das schön. Da sind Menschen, mit denen kann man noch reden danach. Und das war, weiß ich nicht, es resultiert daraus, dass ich in Afghanistan war als Kriegsdienstverweigerer bei der Truppenbetreuung und so. Da ging das eigentlich los. Dass ich meine Komfortzone verlassen habe, dass ich mich mit Leuten beschäftigt habe, die ich sonst weggedrückt habe. Wo ich früher gesagt habe, Soldaten, Mörder, Scheiße, Schweine, sollen sie doch verrecken. So, das war die Zeit. Und dann haben die mich von der Bundeswehr fünfmal angefragt und ich habe fünfmal gesagt, ich bin noch total verweigert. Ich muss so eine Akte haben. Ihr wisst doch, ich bin untergetaucht, war zwei Jahre weg. Was soll denn das jetzt? Das gibt es doch gar nicht, was ist das denn? Und dann irgendwann habe ich gesagt, also die Strafe muss sein, dann komme ich jetzt. So, dann fliege ich jetzt nach Afghanistan. Und dann war ich in Kabul, Mazar-i-Scharif und habe da eine Tournee gemacht in Afghanistan. Und habe dann gemerkt, ich bin immer noch gegen Krieg. Ich bin immer noch dagegen, Waffen in die Hand zu nehmen und andere Menschen zu töten. Aber ich habe die Menschen verstanden. Du musst ja in Köln in diese Maschine einsteigen. In Köln ist der Flughafen, wo du dann nach Afghanistan geflogen bist. Und dann bin ich diese Treppe da, die man dann hochgeht in den Flieger. Und vor mir, der war vielleicht 20, der Pupi hatte so einen Rucksack und hinten guckte eine Diddelmaus raus. Wo ich so dachte, du könntest mein Sohn sein. Also wenn jetzt irgendwas passiert, werde ich mich auf dich raufschmeißen und dich beschützen und nicht andersrum. Und dann habe ich so gemerkt, ja, das sind Menschen. Das sind, dieser Pupi hat eine Mutti, die auf ihn wartet. Die traurig ist und zusammenbricht, wenn der stirbt. Also diese Zusammenhänge. Mutti, Kinder, Familien, die Frau. Da sind Frauen, die waren nicht mehr da. Nach dem Bundeswehreinsatz waren die Frauen nicht mehr da, weil die gesagt haben, du bist ja nie da. Die kommen nach Hause, Wohnung ist leer. Also so eine Geschichte, wo ich dann gemerkt habe, ey, krass, ganz normale Menschen. Die sind ja auch alle völlig traumatisiert. Und dann bist du nicht für Krieg und so, jetzt natürlich durch Ukraine und so, denkst du nochmal anders, das ist ja sowieso auf den Kopf gestellt, dass man dann denkt, ja, jetzt sind die Soldaten dann wohl doch wichtig. Obwohl man immer noch sagt, ich finde es aber scheiße, dass die sich da gegenseitig töten. Kann es sein, dass wir heute so Fragen stellen, wo wir denn vier Stunden darauf antworten? Ja, ich glaube, es wird Zeit für einen Selleriemoment, oder? Ich glaube, ja. Ja, so, also, es gibt zwei Sachen, die niemals beantwortet werden. Was passiert nach dem Leben, nach dem Tod? Und warum hast du heute hier einen Tomatensaft mit Sellerie getrunken? Auf die erste Frage hätte ich gerne geantwortet, aber da haben wir wirklich selbst im Podcast zu wenig Zeit für. Annette, das war ja wirklich eine Gesprächsexplosion. Was ist denn hier los? Wir haben über Krankheiten geredet, wir reden über Krieg. Wir haben alles geklärt, oder? Über Idioten, über Leute, mit denen man nicht gerne redet. Ja, weil wir uns zuletzt auf dem Studiogelände von der Bavaria gesehen haben, weil du immer arbeitest. Ja, das Boot, wir haben ja das Boot genannt, Teil 3. Ich noch damals als Martin Semmelrogge, und du ja in der Maske von Herbert Grönemeyer. Ich war Herbert Grönemeyer. Werde ich niemals vergessen. Es war hart. Da haben wir uns zuletzt gesehen. Weil wir haben ja acht Wochen in dem Boot gedreht. So, jetzt moderier du uns doch mal ab, das ist doch dein Podcast. Ich hab gar keine Lust, Annette. Ich hab eigentlich, hätte ich jetzt Lust drauf zu sagen, dass wir jetzt die nächsten 30 folgen, dass immer mit Annette das ist. Okay, ich bleib hier. Okay, Annette, also wie gesagt, ich liebe dich sehr, und da hat sich nichts dran geändert. Im Gegenteil, ist ein bisschen mehr geworden. Ich bin in dich verliebt, und daran hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, es ist ein bisschen mehr geworden. Ich krieg jetzt ein bisschen Pippi in der Augen. Wir hören jetzt auf. Okay. Boah, was für ein Gespräch. Wie toll. Aber echt. Dankeschön. Ich danke dir. Und die Tropfen. Bleib bei mir. Ich hätte geschworen, dass du das Sexspielzeug nimmst. Ich hätte geschworen. Ich hab mir gedacht. Mega. 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 Schön. Kurt Krömer, Feelings. Ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wondery Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Lui. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt, Fabian Seidel. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.